Hallihallo hier ist wieder euer Darstel besorgt zur nächsten Folge der letzten Play Minecraft. Entschuldigt wieder mal den harten Abbruch. Ich habe hier mal nicht auf die Zeit geachtet. Ich muss mich erst mal daran gewöhnt, dass ich das jetzt wieder so mache. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie klappen. Und wo sind jetzt die Soundstore? Achso hier. Sound. Ach nee, ne? Auf die einfache Art kann man das nicht verbauen. Scheiße. Ah, ich jetzt. Ach nee. Das ist ja jetzt blöd. Äh. Kacke. Oh Mann. Man kann gar nicht auf die normale Methode Zäune bauen mehr. Das geht gar nicht mehr hier. Mal proper Zäune so. Super für den normalen Sound. Das ist natürlich, dass es nicht so geht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Das ist suboptimal. Da muss ich das halt auf die Art und Methode bauen. Da baue ich den halt, äh. Ich baue es halt, äh, als Holzhaus. Weil ich mache jetzt gerade mal erstmal nicht die Arbeit, äh, das Höchste zu suchen zu sammeln. Da baue ich alles zu. Geht halt mal nicht anders. Warte mal, ich baue mir mein Bett auch erstmal hier irgendwo in der Ecke. Vielleicht lasse ich das Bett mit. Nicht? Okay, dann halt zurück. Ihr seht, ich bin total verpeilt. Irgendwie so richtig mit Planen gehe ich heute nicht ran. Irgendwie bin ich ein bisschen verpeilt. Aber nur gut. Das ist jeder mal. Das kommt immer mal vor. Auf den besten, äh, äh, YouTubern. Und wir halt auch gerade. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich bin ich immer so abgelenkt mit anderen Gedanken im Kopf. Und ja, dann hat es immer passieren, dass man, ja, abgelenkt ist und nicht ganz so auf die Sache konzentriert ist, die man machen möchte gerade. Dann geht sowas halt schief. Naja, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Schere. Das war mit Eisen. Gut. Also, das habe ich ja drüben. Da könnte ich die Schafe aber abscheren. So. Schere. Gut. Und so geht's, äh, an mein Tiergehege. Was ich halt erstmal so bauen werde. Ich denke mal, ich werde dann die Seite mit Fenster machen, dass es aussieht wie so ein Glasgebäude, dass es schöner ist. Aber erstmal alles zu ballern, dass ich die Tiere wenigstens irgendwo farmen kann. Sonst komme ich halt nicht voran. Ja. Da muss ich erstmal wenigstens anfangen mit bauen. Ich möchte... So. Komm mal so. Hier zu anfangen. Ach shit. Ach shit. Das ist heiß mit der Wiese. Weil die natürlich das Bau dann auch verhindert, was es schwerer macht. was die Block dann immer davor setzt oder dahinter. Immer ein bisschen kacke. Dann machen wir das einfach so. Bauen wir das ab. Schon wieder... Ach mein Gott. Das ist dann auch was, wenn du von Spitz... äh, von der Hacke. Dann möchte ich auch gerne. Mein Gott. Ich hasse das. Gut. Dann baue ich das mal sowieso. Das sind ja schon zwei hoch. Deswegen mache ich da mal nichts weiter. Erstmal. Dann lasse ich das so offen. Um das für Holz zu spawnen. So. Ja, scharf. Mäh. Ich will jetzt aber nur hier über zwei hoch machen. Dahinter kann ich das Spiel mal machen. Ich möchte erstmal die Hauptebene haben. Bis dahin. Okay. Dann ist noch einige weg. Du bist auch weg. Tut mir leid. So. Dann zur Hulbar. Okay. Seil. Okay. Lass uns gleich. Okay. Wie heißt das hier? Noch was gucken wir das vor? Leine. Scheiße. Das ist eine Schleimbälle brauche. Brauchst du wirklich Schleimbälle? Gut. Das mache ich ganz einfach mit äh. Ich sag schon. Ganz einfach mit Getreide. Weil das ist ja zu gut praktiziert. Ja. Ja. Dann kann ich jetzt mal bei Ja jetzt. Okay. Ich bin jetzt hier, ne? Ja. So. Äh. Wo war man hier? Okay. Ich muss mich noch mal ein bisschen. Ja. Äh. Hä? Wo war das jetzt? Ich muss noch ein bisschen. Holz holen und was wir essen. Hier. Ich bin schön an dem Verhungern. Sieht gar nicht gut aus. Gerade. Und mit diesem Ort ist das alles schwer so zu bauen. Und entschuldige gerade die Kotze Störung. Das war mein Vater. Ich hätte euch wundert, wer das gerade war. So. Ich habe auch vergessen, ich bin dran zu hängen. Aufnahme. Könnte ich ranhängen können, aber ne. Ich habe nicht vergessen. Ich habe es noch was essen. Ich habe euch hier tut. so gibt nicht viel dann noch das hier so soll jetzt auch mal die folge an dieser stelle beenden denn die zeit ist schon wieder fast um auf ihr spaßvoll zu sehen gehabt und seid bei nächstes mal wieder dabei wenn es heißt let's play mein kopf live in die woods mit unserem darstellt bis zum nächsten mal dann werden wir noch ein bisschen das gehege für die schafe weiterbauen und dann werden wir mal gucken dass man gleich schon mal ein paar schafe einfangen werden und züchten werden dass ich dann halt eine kleine rolle plantage ab und vielleicht plantage für essen und ja also dann bis zur nächsten folge nächsten dienstag oder schlossack zauberv und möge die macht mit euch sein bis nächste woche bei bei